Dann moderiere mal an. Ja, ein recht herzliches Willkommen und ich habe vergessen, die Pusche Talk, dass der eins richtet. Mal wieder. Ein Scheißdreck ist doch live. Doch, live ist er. Nur ich bin nicht live. Deswegen ja, du bist nicht live. Eine großartige Aufnahme. Solange der Dunkelzahn noch nicht live ist, ein herzliches Willkommen hier bei einer neuen Aufnahme von Rocket League mit dem Dunkelzahn und dem Mücke. Hallo. Hallo. Habt ihr schon mal gesehen bei mir bei Evolved, da haben wir schon mal zusammengespielt. Und Heroes of the Storm, lang, lang ist her. Oh ja. Genau, der Dunkelzahn ist auch streamend live unterwegs dabei. Der wollte eigentlich die Anmoderation machen, hat es aber verkackt. Um nicht zu sagen, jeder kann irgendwas. Jeder kann irgendwas, genau. Ich kann gar nichts. Auch das ist irgendwas. Aber insofern, ganz wichtig, wer diese großartige Folge, die jetzt folgen wird, auch aus der Perspektive vom Dunkelzahn gucken möchte, kann das tun. Link steht unter meinem Video. Insofern auch da mal vorbeischauen. Toller Kanal. Gibt es viele Livestreams. Lohnt sich mal reinzuschauen. So, Spiel suchen. Ab die Post. Ja, ab die Post. Los geht's. Los geht's. Wir haben uns alle für den Takumi entschieden, so wie ich es gerade sehe. Ja. Sind wir mal ein bisschen im Partnerlook unterwegs hier. Na, wie immer halt. Ein bisschen Einheit zeigen. Aber ich habe keine tote Katze auf der Motorhaube. Du hast eine tote Katze auf der Motorhaube? Nein, ich habe keine tote Katze auf der Motorhaube. Habe ich eine? Ach, nur weil ich die habe. Du hast eine tote Katze auf der Motorhaube. Na, solange du nicht riechst wie eine tote Katze. Ja, ich bleibe hinten. Solange du nicht riechst wie eine tote Katze geht das. So, Wocke macht hier. Wocke, mit dem Tor. Mit dem Tor. Wocke klärt. Au. Ich wurde weggebumst. Möcke siehst. Und Möcke schießt. Dunkelzack kommt. Nein. Dunkelzack verlässt sein Tor. Nein, 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 nein. Ja, der hat ihn mir. Glorreich über den Kopf gehüft. Glorreich. Das muss man ihm lassen. Hat er. War schönes Tor. War schönes Tor. Was ist denn überhaupt? Profi, Profi, Profi. Alles Profis. Oha, ich bleibe hinten. Lass mich runter. Bah. Verdammt, ich habe kein Boost. Das ist kacke. Nein. Nein. Okay, vielleicht wird die Folge doch nicht so glorreich. Ja. Glorreich für den Gegner auf jeden Fall. Da bist du mal eine Nanosekunde aus dem Tor raus, um den Boost zu holen, weißt du? Na, geht das los. Keine Chance. Ich bleibe am Tor. Gut. Ah, falsch. Wie lange ich nicht die Luft segle hier. Was ist da los? So, Mitte. Schön gesehen, schön gesehen. Ah, ich hatte keinen Boost mehr. Okay. Drei streiten sich ganz lustig um den Ball. Das machen sie fein. Schön. Nein, denn ich habe ihn mit dich vorgelegt wieder. Ja. Eigentlich wollte ich ihn im Winkel treffen, dass er nach vorne fliegt. Geredetetetet? Go. Ich bin geplatzt. Mücke, Mücke, Mücke tot. Nein. Doch. Oh. Oh, verdammt. Oh, nein. Oh, ich bin hinten im Tor. Ja. Ist doch gut so. Uff. Ah, nein. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Gut. Das ist ein Wuppe, kommen sie hier. Was ist da los? Adi, Glanzparade. Schön. Was? So, den nimmt der Wuppe jetzt mit. Nimm es mit vor. Nein. Nein. Selbst fix. Ja, 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 ja. Na, also. Geht doch, geht doch, geht doch. Geht doch. S-Runde ist immer nur zum Marmspielen, haben wir ja gesagt. Naja, das kriegen wir noch hin. Wieder reinkommen. Ja, alles gut. Das grüchen wir hin, war? Wir, bei... Ah, nee. Okay, okay. Dann, dann wocke. Mitte. Nix, Mitte. Schön. Befreiungsschlag. Sehr gut. Ich hab keinen Boost. Mitte, Mitte, Mitte. Ich geh nach hinten, ich geh nach hinten, ich geh nach hinten. Mücke ran. Schön. Zwei, zwei, der Ausgleichstreffer. Schön gesehen. Rompf. Geile Nummer. So. Es wird, es wird. Ecke? Ja, ich bleib hinten. Das war doof. Tor ist frei. Schön. Glanzparade. Sehr schön. Ich bin im Tor. Gut. Alles klar. Dann... Ich bin nicht mehr im... Ich bin drin, ich bin drin, ich bin drin. Befreiungsschlag. Ich bin im Tor. So, ab nach vorne. Nein. Doch. Oh, nein. Was hat er gemacht? Dieser E-O-Bock. Eine Millisekunde zu spät gehüpft. Ja. 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 Noch nachgesetzt. Cool. Schön. Schön sieht er aus. Schön sieht er aus. Die schönsten Tore Deutschland. Rocket Leaks. GZ. Das sind beschissene Bälle. Die kriegst du einfach nimmer. Ja. Wenn du da einmal daneben stehst, ist Feierabend. Tschüss. Nicht. Ebenso. Ich bleibe hinten. Logischerweise. Bin mit. Ah, okay. Wocke. Ja. Ich. Ja. Reitet euch aber machten rein, Ziffix. Dammit. Eine Minute noch. Nur, dass wir kein Gegentor kassieren. Lieber eins schießen. So. Bitte. Ja. Geil. So muss das laufen. Großartig. Tada. Schön Dingen. Schönes Dingen. So. Ihr beide? Jo. Rage against the machine. Alter. Wie weit ich immer fliege. Nein. Rage against the ball. Uuuh. Die haben dich mal sauber ausgespielt hier. Jo. Schade. Ich wollte einen weg machen. Oh. Mit dem Tor. Könnt ihr in die Mitte gehen? Ich sehe nichts mehr. Ja. Wir haben hier gerade ein bisschen gekuschelt. So Nase an Nase. Schade. Oh, verdammt. Aber schön. Schön gespielt. Großartig. Und tschüss. Tschüss. Da kommt das Portal gel runter. Das sieht verkehrt aus. Ja. Red Rod. Ich habe die Rot. Also die Weiß. Weißrandreif. Ach schön. Revanche. Ja, ne? Neuabstimmen. Ja, Revanche. Gucken, ob die Mumm haben. Haben sie. Sieht gut aus. Meinen Replay wollen wir nicht speichern. Nein. Wozu denn auch? Ja. Kannst du mir einfach online anschauen. Ich gehe dran. Aus zwei Perspektiven. Äh. Wo bin ich? Du bist... Vor Mücke. Gut. Jetzt. Dunkelzahn. Oh, schade. Schön. Nein. Nein. Verdammt. Na, der kommt gut. Unglaublich. Unglaublich. Großartig. Oh, ich sehe es schon wieder kommen. Aus dem Augenwinkel. Sozusagen. Reingeschoben. So. Äh, ich? Wieder? Ja, ich nicht. Einer steht hinter mir, oder? Ich bleib hinten. Sorry, dass ich dich angeschuckt hab. Alles cool. Ball ist vorm Tor, ne? Also. Ja, 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 ja. Schön. Wenn ich nicht reinmache, dann macht nur keiner rein, oder? Der Mücke wird hier zum Ballerbudenmeister. Ballerbuden. Mücke. Mücke. BBM. Ballerbuden. Alleine gegen drei Keeper, ja. Das war schon großartig. Ich auch. Klassischer Pressball und dann kam der Wonker und hat ihn nach vorne geschoben. Ja. Ja, ihr wisst, dass ihr gerade in die falsche Richtung spielt. Ja, ja, der ist mir ein bisschen zu arg in unserer Hälfte. Ich versuche, da rein zu holzen. Oh, verdammt. Dann holze er. Und? Und, und, und? Ja. So, glaub ich. Traumhaft. Geiler Scheiß. Volley. Roms. Mit Ankündigung. Mit Ankündigung. Reinholzen. Traumhaft. So muss das. Sogar noch ein Pfostentor. Ja. Ein Vollpfostentor, ja. Ein Vollpfostentor. Der kommt in die Mitte. Die fahren extra durch bis zum Ende zu mir, um sich den Boost zu holen. Ja. Was sind denn das für Kasperköppe? So, jetzt bist du gefragt. Schön. Geht jemand anderes ins Tor? Ja. Ja, ja. Ich geh ran. Achso, okay. Dann geh ich wieder raus. Bin wieder drin. Ah, wohl. Okay, bleib du. Ihr wisst, dass ich kein guter Keeper bin, ne? Ja, sind wir ja alle nicht lieflich. Ja, aber bei dem Tor, bei dem... Nein! Da setzt der Wocke nach! Verdammt. Da setzt der Wocke nach. Und er hat noch nicht meine Vorlage bekommen. Nein, das ist ja eine Schriftung. Ja, das ist ja eine Schriftung. Ja, das ist ja eine Schriftung. Schönes, schönes Ding. Ihr beide seid, ihr geht ran. Sehr schön abgenommen. Sieht gut aus. Ach, schade. Leider war da der Keeper. Kommt nicht mehr. Wenn ich sag, der kommt wieder, dann kommt er wieder. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Und, 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 und. Ah. Oh, nö. Oh, auch noch daneben. Ist das ein Hin und Her geschiebe da vorne? Ich geh ins Tor. Fahr du raus? Ich fahr raus? Okay. Ja, fahr du dem Ball entgegen. Oh, sorry. Alles gut? War gar nicht so schlimm. Gut geklärt. Einfach mal reingegrätscht. Hui. Bin hinten. Ja, Möcke geh du ran. Ich geh auf lauer Position. Daneben. Ah, schade. Ich komm von ganz hinten. Ich komm von ganz hinten. Oh nein. Und fliegst daneben. Ich geh ins Tor, ich geh ins Tor, ich geh ins Tor. Nein. Da war ich zu langsam. Naja, zu null kann man so ein Spiel ja auch nie gewinnen. Kann man schon. Bin ich noch an der Wand hochgefahren, um Vollgas ins Tor fahren zu können, aber eine Sekunde zu spät. Zu wenig, ja. Ja. Zu wenig, zu spät. 4, 2. Jo. Das ist mal scheiße. Oh, daneben. So. Beklärt. Mit dem Tor. Verlängert. Noch mal verlängert. Mitte. Mücke. Ah. Nein. Komm von hinten. Das gibt's nicht. Komm von hinten. Jetzt, 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 jetzt. Geh wieder nach hinten. Kennt ihr noch die alte Coca-Cola-Werbung? Was ist das eigentlich für ein Gefühl, ein Tor zu schießen? Wo der Keeper von ganz hinten nach vorne rennt. Nee, kenn ich nicht. Kennst du den, ne? Nee. Kommt mit dich? Das ist super, wenn ihr beide nicht mit dich steht. Ich komm raus. Ich geh rein. Oh. Der war, der war blöd. Hahaha. Da hat der Wuckel aufgepasst. Sehr schön. Sehr schön. Mit Schmackes. Roms. 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 Rein in die Kiste. So muss das aussehen. 5 zu 1. In den Stau. Ja. Ich. Ecke hoch. Offensichtlich wir alle. Jetzt ist keiner im Tor, richtig? Oh. Ich geh mal rein. Okay. Ich hol mir mal Boost. Mach mal. Ich spiel mal Ball. Oder auch nicht. Hui. Ups. Ich habe einen zerberstet. Zerberstet? Nein. Sehr gut. Sehr gut, Bocke. Dankeschön. Nein. Ich wurde gekickt. Wie? Gekickt. Verdammt. In das Mittelfeld gekickt. Achso. So. Weg damit. Das ist hier immer so eine Sache. Ich wurde gekickt. Ja, mach einen Eigentor. Mach einen Eigentor. Wie geil. Der hat für mich gezählt immer noch. Krass. Ja. Das heißt, da war keiner von euch sonst noch dran. Und ich habe eine Vorlage bekommen. Geiler. Stimmt. Schön. Unglaublich. Unglaublich. Ja, das ist doch mal hier. Großartig gelaufen. Komm, so lassen. Ja, kann man so lassen. Alle drauf. Alle drauf. Bleib hinten. Nur kein Gegentor mehr kassieren jetzt. Nein, kein Gegentor. Dann lass ihn einfach aufkommen. Nein, aber so. Jetzt. Yeah. Ernsthaft. Großartig. Da würde ich sagen, und tschüss. Und tschüss. Flammenwerfer grün. Gewöhnliche Raketenspur. Schön. Merck Shaddle Aufkleber. Ey, die sind mutig. Die wollen es nochmal wissen. Ja, dann nochmal, ne? Würde ich sagen, machen wir nochmal, ne? Obwohl wir ja nach zwei Siegen eigentlich schon gewonnen haben, aber von mir aus. Gut, aber es ist halt drei von fünf. Drei von fünf von mir aus. Meine Lieblingsarena. Die ist geil, ne? Das ist so Mad Max mäßig. Der ist so postapokalyptisch. Jo. Vor allem, ganz ehrlich, wenn ich eine Karte für dieses Spiel gekauft hätte und da ganz hinten auf der Tribüne sitzen würde. Würde mir so ein bisschen angäsen. So ein bisschen. Ich bleib hinten. Ich geh vor. Sieht gut aus. Schade. Ich mach ihn rein, ich mach ihn rein, ich mach ihn rein, ich mach ihn rein. Oh Mann. Du machst ihn nicht rein? Wer hat mich da weg, wer, wer hat mich da weggeschoben von denen? Sieht von hier hinten unspektakulär aus, aber spannend. Huik. Alter. Kick mich mal nicht weg hier. Der Mücke und ich haben... Also, ich schieb mal diesen E-Ponk bla 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 irgendwo durchs Feld, ne? Jo, mach mal. Alter, die kegeln mich hier einfach durch die Gegend. Sind die denn bekloppt oder was? Ja. Müssen sie. Müssen sie. So. Nee, 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 liebe Freunde. Nee, nee, nee. So nicht, ne? So nicht? Nee, 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 nee. Hihihi, vorbei. Der macht sich gerade eine gute Vorlage. Oh, Lacks ohne Ende. Aber wie? Wer hat denn da, alter, 200er Ping oder was? Oh Gott, der Kurbel-PC. Das sieht gut aus. Ja, ich bin mit meinen 100ern auch nicht besser dran, aber... Was haben wir denn hier? Holade! KS Priven 1996. Ja, ja. 200er Ping, meine Güte. So, ja, schön. Oh, die haben eine AI im Übrigen. Ja, ist deren Problem. Ihr fahrt. Ihr beide? Okay. Stand hinter dir. Jetzt haben sie noch eine zweite AI. Oh Gott, der arme. Tut mir fast leid. Der arme Kay ist Raven. So. Das macht nichts. Der hat das noch gar nicht gemerkt mit seinem Ping. Ah, so schnell war ich nicht. Na gut, mit seinem Stimmpunkt, mit seinem Ping hat er noch gar nichts gemerkt. Nein! Oh nein, nein, nein. Ja gut. Ein Gegentor können wir lassen. Radia. Na gut. Dann... Fahrt ihr beide. Ich glaube hinten. Er hat wieder Verstärkung bekommen. Verlassen wir. Nein, 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 nein zum Ball und nicht zum Nett. Nein. Alter. So. Einen weggemacht hier. Schön. Eigentor. Dankeschön. Sehr geil. Den habe ich gar nicht mehr geschnallt. Der war auch so gut. Von eben. Der war sowas von zielstrebig. Wenn er nicht raus, wenn er nicht rein hätte, hätte ich ihn rein. Ihr beide? Ich? Ihr beide, ihr beide, ihr beide. Cool. Ja. Geil. Der tut es uns echt einfach. Das war ja mal echt der Knaller. Der war schön. Warum macht der Eigentore? Was ist da los? Auf jeden Fall flucht er schon mal. Wie, wie, naja. Wie ihr beide? Geil. Boah, wie übel. Wie übel. Wie übel. Der bricht sich doch jetzt von oben bis unten voll. Weil er gegen hochkompetente, beziehungsweise mit hochkompetenten AI spielt. Nö, er hat wieder zwei aus Playstation Network. Hat er schon? Daran wird es liegen. Nö. Der war gut. Doch, hat er. Hat er. Er hat die ganze Zeit. Kommt gut. Mit Nachsatz. Schönes Mann. Da habe ich dich nochmal ein bisschen in die richtige Richtung schieben. Da hast du mich mit dem Ball gut ins Tor geprügelt, auf deutsch gesagt. Das ergibt im Übrigen ein Erfolg. Ist das so? Ja, das ergibt ein Erfolg. Ein Steam Erfolg. Ich habe jetzt keinen bekommen, ihr Fahrt. Wahrscheinlich hast du ihn schon. Das ist gut möglich. Wäre nicht das erste Mal, dass ich... Ich wollte gerade sagen, mich hast du schon öfter ins Tor geschoben. Nein, einen Gegner gegen einen Ball drücken und dann ein Tor damit schießen. Also mit dem Gegner. Der eine ist AFK. Nein, wie bescheuert. Alle kriegen sich dran vorbei. Tja, liebe Zuschauer, da seht ihr es aus zwei Perspektiven, die zwei Affen, die an einem Ball vorbei hüpfen. Schön. Sehr schön. Romtomtomtomtomtom. Geil. Wer ist Tom? Romtomtom. Romtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtomtom wieder irgendwie total geil ist und natürlich die die erkennungsmelodie titelmelodie von der blu oister war ja also das ist der tata der tata der jungs wo springt mir alle in alle richtungen nur nicht in die in die wir es müssten im wasteland ist alles erlaubt so bald kommt nach vorne ja schön am rand entlang gespielt leider mittlerweile wieder auf dem weg in die falsche richtung so wochen nimmt anlauf und klärt nicht weil nimmt immer noch anlauf weil geklärt hat alter ja schade bleibt bitte bleibt ja schade kommt noch mal mitte noch mal mitte das wäre also dann lösche ich das spiel definitiv ist er alle alle drauf alle 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 beng ophi 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 ich habe oben halten können aber tut mir leid nicht mehr toll angeber vor einem rückwärtsgang geschossen gewöhnlich auch lieber schön liebe zuschauer ich hoffe es hat euch spaß gemacht danke fürs zuschauen an dieser stelle und würde mich über einen daumen hoch freuen ich bin mir sicher der dunkelzahn auch ebenso wie der mücke auch wenn er selbst keinen kanal hat aber das ändert sich ja vielleicht noch man weiß es nicht ist es so wer weiß wer weiß wer weiß mysterium spooky 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 einfall für die exakt gut in diesem falle danke fürs zuschauen und dann freuen wir uns alle drüber wenn ihr das nächste mal wieder dabei seid wenn es heißt rocket league mit den vier drei beiden acht lustigen zwölf bis dahin macht's gut tschüss ciao ciao